Nummer 5 Dieser tragbare Kernbohrer ist ideal zum Bohren von Materialien wie Beton, Fliesen, Marmorplatten, Stein und verschiedenen anderen Oberflächen aus Beton und Mauerwerk. Der Diamantkernbohrer ist ein sehr robustes Werkzeug, der einen Bohrdurchmesser von bis zu 160 mm unterstützt und einen einwandfreien Betrieb bei langen Bohrungen garantiert. Das integrierte Wasserrohr verhindert eine Überhitzung der Bohrstruktur, während ein Fehlerstromschutzschalter und ein Überlastschutz die Sicherheit des Werkzeugs und des Anwenders gewährleisten. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Mit diesem Kernbohrer können Sie Probenkerne aus Gesteinen aller Art entnehmen und Löcher in Kanalrohre, Beton oder Stahlbeton bohren. Bohrmaschine mit Sicherheitskappe und Überlastschutz Die Kernbohrmaschine ist mit einem Personenschutzschalter ausgestattet. Der Kühlwasseranschluss macht Sie zudem stabiler. Sie kann Löcher bis zu 130 mm in Stahlbeton, Ziegel, Stein, Keramik und feuerfeste Materialien schneiden. Auch für Elektro- und Klempnerinstallationen geeignet. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Die Leistungsstärke-Kernbohrmaschine HKB1500-80 ist mit einem Diamantkernbohrer ausgestattet. Der ein einfaches und gezieltes Bohren aller Gesteinsarten sowie von Beton, Stahlbeton, Kanalrohren und Mauerwerksstrukturen ermöglicht. Das Gerät ermöglicht auch die Entnahme von Kernen aus verschiedenen Arten von Materialien. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Der Trockenkernbohrer Makita DBM080 ist einfach zu bedienen. Er wurde mit einer Diamantstruktur hergestellt und ermöglicht das Bohren tiefer und präziser Löcher mit einem Durchmesser von 20 mm bis 80 mm. Er verfügt über einen leistungsstarken Motor, der auch unter Belastung nicht nachlässt, sondern konstant bleibt. Er verfügt über einen elektronischen Schalter, einen Drehmomentbegrenzer und einen Schutz gegen Überlastung. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Dieser Trockenkernbohrer verfügt über zwei Drehzahlstufen, die von einem sehr leistungsstarken Motor geregelt werden. Er ist mit einem Überlast- und Schutzmechanismus ausgestattet und hat einen maximalen Bohrdurchmesser von 152 mm. Ideal für Elektriker, Klempner, Installateure von Klimaanlagen und für alle Bohranwendungen in Mauerwerk und Beton. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Deine Bis zum nächsten Mal.